So, und da sind wir dabei! Let's Play Pokémon Blatt Grün! Und wir sind immer noch auf der MSN und waren jetzt überall, außer hier in diesen Räumen, wo wir jetzt auch bald zum Enden kommen. Und ja, dann haben wir es endlich geschafft, ey. Unglaublich. Auf all meinen Reisen habe ich noch nie ein deutlich verschlafenes Pokémon gesehen. Sieht ungefähr so aus. Ach, ungefähr so. Das ist aber ziemlich genau eigentlich, ne? Also, hattest du eine Kamera mit? Unglaublich. Hier gab es aber irgendwo noch eine andere TM, oder? Gab es ja nicht noch irgendwie Bodyslam? Hat man Bodyslam hier nicht bekommen, doch, oder? Ich glaube schon. Schau dir an, was ich an Land gezogen habe. So, du bist ein Angler und du bist Angler... Ach, ist halt da oben, Pinchal, übrigens. Angler Albin. So langsam gehen denen, glaube ich, die Namen mit A aus. Oh, ein Nato. Ich finde Nato voll cool. Genauso wie Xato. Ich wollte immer eins im Team haben. Ich hatte aber nie eins im Team, glaube ich. Ich glaube, ich hatte nie einen Xato im Team. Wurde mir ziemlich sicher. Mega Hit. Wir hauen dem auf den Schnarbe. Ich glaube, irgendwie, ich erkälte mich wirklich so richtig extrem. So mega extrem. Ich musste gerade schon überhaupt schauen, ob ich überhaupt noch weiter aufnehme. Weil, äh... Ich wollte euch jetzt auch nichts vorschnallen hier in dem Part. Aber ich denke, ich kriege es ungefähr hin. Sollte klappen. So, Konfusion. Bam, 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 bam. So, ich denke, danach sollten wir uns auch das vierte Pokémon langsam herauslosen, würde ich sagen. Also auf jeden Fall noch vor der dritten Arena. Also ich denke mal so... Ja, wahrscheinlich nicht mehr in diesem Part, aber im nächsten Part vor der Arena auf jeden Fall. Und dann mit einem geschwächten Pokémon oder einem schwachen Pokémon in die Arena gehen. Sehr schön. Das ist ein super Plan, Mario. So machen wir es. So, mega... Obwohl, ich hätte Aquaknarre einsetzen können. Dann wäre er jetzt sofort down gewesen. Na, egal. Soweit ich jetzt... Och, Django, please. Muss das jetzt sein? Ernsthaft? Das ist nicht wahr. So, und Aquaknarre. Das ist sehr effektiv. Das freut mich, dass das sehr effektiv ist. Hätte ich jetzt nicht erwartet mit Aquaknarre, ne? Och, Django hat Level 30. Das heißt, wir sollten jetzt langsam wieder wechseln. Dass die anderen auch erstmal Level 30 bekommen. Entwickelt sich irgendjemand? Ne, wir sind ja schon alle vollentwickelt. Außer Sterni, aber... Das dauert ja noch. So, ich dachte, wenn ich schnell genug A drücke, ne? Der wird streiten mit der Jugend, hält mich jung. Ach so, so ist das also. Du siehst aber nicht gerade so aus, als wenn ich das wirklich jung gehalten hätte, Tanko, ne? Und übrigens, schöner Name, ne? Tanko. Sehr schön. Es gibt noch eine Weiterentwicklung von diesen anderen komischen Dingen? Mit den Lautsprechern auf dem Ohr? Oha. Das wusste ich noch gar nicht. Aber erst seit der dritten Gen, oder? Oder gab es das vorher auch schon? Krawumms. Weil das ist ja aus der zweiten Gen. Ne? Snubbull und dann... Ja. Snubbull? Ne, gar nicht. Ne, gar nicht. Das Ding ist aus der dritten Gen. Snubbull wird zu dem anderen komischen Ding. Aber, ähm... Das Ding kommt von einem Pokémon aus der dritten Gen. Das man auch relativ früh am Anfang dieser... In dieser Höhle findet. Wo der Typ mit seinem... Mit seinem, ähm... Wingull. Oder Wingall. Ist, oder? Ach, wie heißt denn das? Anfangspokémon noch. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Chang'e hält fast 1000 EP. Das ist doch schön. Und du hattest leider keine Chance. Also, da fühlst du dich gleich jünger. Nachdem ich dich platt gemacht habe. Okay. So, ist hier Bodyslam? Oh, nee. Sternstaub. Okay. Gut, dann nicht. War das schon der zweite? Ja. Wie viel gibt es? Eins? Ach, ernsthaft. Aber wir haben ja genug Vergiftung... Äh... Giftdingsbumms gekauft. Nämlich drei. So, und Chang'e muss jetzt eh gewechselt werden. Zack, 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 zack. Wir wechseln zu... Zu Dumbledore erstmal. Würde ich sagen. So, und es gibt... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Okay, also noch vier Räume. Das schaffen wir ja locker. Das ist ja kein Ding. Hi. Vor allem, wenn es keine Pokémon-Kämfer sind. Noch besser. Oh, gemütlich ein bisschen mit dem Zerschneider-Kleinhacken. Aber vergiss nicht. Zerschneider ist eine VM. Wie sie einmal gelernt wird, kann sie nicht einfach so vergessen. Ach, schade. Ich kann dich nie vergessen. Unsere da... Tolle Zeit oder so. Wie ging das nicht? Irgendwie so. Ich hab schon Leute auf Pokémon über das Wasser gleiten sehen. Ach, wirklich? Das ist aber schön. Können die nicht selber schwimmen? Solche faule Leute. Eh, unfassbar. Hi, Göre. Hi. Wo warst du, als die Party lief? Du geile Sau. Welche Party? Warum hab ich die Party verpasst? Das ist ja wohl nicht wahr. Göre Olivia. Oh, seht mal. Meine Weiterentwicklung. Aber besser gesagt, die Entwicklung, weil man Flagmore anders entwickelt. Ich hab's halt zu nem Lammus gemacht. Lammus ist viel cooler als das komische Ding. Obwohl das eleganter aussieht, tatsächlich. Aber wir haben keine Attacke, die wirklich vernünftig Schaden macht, ne? Ich hab mein Handy wieder nicht leise gestellt. Professionell. Ja, egal. Machen wir's jetzt einfach mit Ziehstrahl kaputt und fertig. Ziehstrahl! Losho King. Das sieht eigentlich ganz witzig aus. Tatsächlich. Da gab's auch einen Film zu, oder? Zu Losho King? Gab's da keinen Film zu? Doch, oder? Ich glaube schon. Dass er zumindest ne besondere Rolle im Film gespielt hat. Nicht unbedingt die Hauptrolle, aber ne besondere Rolle. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja. So, hat er noch was? Ach, Tarnhell. Das hat man kostenlos letztens, ähm... Ja, was heißt letztens? Als Alpha Saphir und Omega Rubin rausgekommen sind, hat man ein Shiny Tarnhell umsonst bekommen. Hab ich auch noch in meinem Team. Also nicht... Ne, ne, ist das auf der Box, glaub ich. Ja, doch, auf der Box. Ich hab's ja auch ewig nicht mehr gespielt, wie ich schon in manchen Pokémon-Parts erwähnt habe. Das ist schon ne Weile lang nicht mehr in meinem DS herumgeistert. Da geisterte bis vor kurzem noch Professor Layton und Ace Attorney. Dingsbums. Mix. Rum. Hab ich jetzt aber auch durch. Was schade. Das war voll cool. Tatsächlich. Das war eigentlich... Ja gut, das Ende fand ich jetzt so ein bisschen... War klar, dass es so endet, weil Professor Layton immer solche Enden hat. Glaube ich. Bin mir auch nicht so sicher, ehrlich gesagt. Weil, wie gesagt, ihr habt nur das erste gespielt, aber... Es hat ja immer solche... Solche Enden, dass nichts eigentlich wirklich magisch war. Sondern irgendwie... Ne, blablum. Ups, jetzt hab ich gespoilert. Tut mir leid. Sehr wollen wir nicht lernen, nein. Ne, von daher... Aber sonst war das Spiel super. Es war... Gerade in der Mitte... War das unfassbar spannend. Unglaublich. Sieh mal, weil die so fett ist, können wir einfach durchgehen, weil der andere Typ uns nicht sieht. Sehr schön. Für einen X-Angriff bin ich hier reingegangen. Na, egal. Was magst du lieber, stark oder seltener Pokémon? Ich hab beides für dich da, wenn du mitkommst in mein Zimmer. Dann zeig ich dir mal einen echten Hasen. Silvio! Schickt Willi in den Kampf. Wer ist Willi? Ach, das Ding. Das sieht so hässlich aus, ne? Unfassbar. Ist das hässlich. So, Psycho-Strahl, weil ich hoffe, dass das kein Psycho-Pokémon ist. Sieht eher aus wie ein Pflanzen-Pokémon. Yes, es ist verwirrt. Komm, verletz dich selber, verletz dich selber, verletz dich selber. Ach, warum denn? Nimmt über seine Wurzel Nährstoffe auf. Ach, ist also sowas... So ein billiges Egel-Samen quasi. Nur nicht vom Gegner Energie abziehen, sondern vom Boden. Ne? Vegan. Man darf ja nicht Fleisch oder so abziehen vom Gegner oder so. Oder Lebenskraft von einem Lebewesen. Ne, ne, ne. Darf man ja nicht. Muss ja vom Boden sein. Muss Bio sein. Oh, ein Rigorock. Rigirock. Davon gibt's drei, ne? Die heißen alle irgendwie anders. Rigistil, Rigirock und Rigi... Das ist alles Stein. Steins, Stahl und Rigi... Rigi-Bang. Nein. Ähm, Rigi... Rigi... Rigistil, Rigirock und Rigi... Dings. Weiß ich gerade gar nicht. Das... Das Blaue. Gibt's da nicht so ein blaues, glitzerndes Rigi... Oder ist das Rigistil? Nee, das heißt anders. Rigi-Diamond. Nee, keine Ahnung. Rigi... Ich weiß es nicht. Hi. Mein Papa war mit mir in der Safari-Zone. Es war so aufregend. Eh, unglaublich. Hallo. Hast du die Safari-Zone in Foxania schon besucht? Es gibt dort seltene Pokémon. Nee, da war ich doch nicht. Ich hab noch nicht genug Orden. Und da sind Pokémon-Trainer, die nur Level 30er Pokémon haben. Und da komme ich nicht gegen an. Obwohl, eigentlich schon mal. Wir haben ja auch so Level 30, so ziemlich. Mit allem. Hi. Oh, alles keine Trainer. Wahnsinn. Sehr schön. Der Kapitän war gerade bleich. Er sah so schlecht aus. Viele Leute werden leicht sehkrank. Aha. So. Jetzt müssen wir hier erstmal hin. Oh nein. Oh nein. Wir haben das falsch gemacht. Okay, wir können den Trick doch nicht mehr anwenden. Scheiße. Ich hab... Warum hat... Oh, Mann. Nein. Ja, ja. Okay, komm. Das lediert nicht vor. Oh nein. Wir haben was falsch gemacht. Das Ding ist, wir können nur auf der MSN bleiben, wenn wir auf der MSN sterben. Wir hätten uns also einen Trainer aufbewahren müssen, gegen den wir danach noch kämpfen, auf dem Rückweg. Damit wir dann dort sterben. Und ich habe keinen Trainer übrig gelassen. Oh nein. Scheiße. Scheiße. Wir müssen gucken, wenn wir hier irgendwo... Gibt es hier irgendein Pokémon, das mich vergiften kann? Zufällig? Dann können wir ja gucken, dass ich einpoken und vergiften lasse, die anderen alle sterben lasse. Oder tun wir noch mit dem letzten Energietropfen halt zum Kapitän gehen? Und dann... Ja. Obwohl, es wird wahrscheinlich... Wir schaffen es wahrscheinlich einfach nicht. Es wird wahrscheinlich nicht klappen. So, wir sollten mal wieder wechseln. Ja, obwohl wir machen bis Level 32 mit Dumbledore. Aber sonst wechseln wir zu oft. Finde ich. Und das ist auch nicht so toll. Stahlos. Stahlos. Das ist... Achso, das ist dieses Ding. Wo nix. Verschnitt. Nevea, du hast keine Chance. Du bist schwächer geworden, habe ich das Gefühl. Du hast nicht gut trainiert. Du hast nicht gut trainiert. Deine letzten Pokémon dann auch schon Level 16. Ne, also... Du musst deinen neu gefangenen Pokémon schon auch trainieren, dass die... Dasselbe Level haben wie die anderen Level. Äh... Wie die anderen Level. Macht keinen Sinn. Das kann mich vergiften, oder? Wir probieren es aus. Wenn es jetzt Vergiftungssporen macht. Ah, Windstoß. Du sollst keinen Windstoß machen. Wir probieren es einmal aus. Wir wollen einmal die vier Attacken sehen, wie er hat. Okay, er hat Windstoß. Er hat Schutzschild. Was hat er noch? Ich zeige übrigens gerade eine 2. Oder eine Knarre, wie ihr sehen wollt. Wie ihr das sehen wollt. Ich kann heute auch kein Deutsch mehr. So, dann hat er schon wieder... Oh, zeig mir dir eine andere 2 Attacken. Arschgesicht. Komm, du hast doch Giftpuder, oder nicht? Ja, ist mir egal, ob ich alle HP habe. Ja, ich weiß. Ich habe alle KP, ja. Oh, er zeigt... Er hat jetzt nur 2 Attacken. Kann das sein? Jetzt zeig mir deine anderen Attacken. Pudox-Arschgesicht. Es will mir seine anderen beiden Attacken einfach nicht zeigen, ne? Vielleicht sollten wir mal das Pokémon wechseln. Sutango zum Beispiel. Aber der ist eh schon fast tot. Und habe ich irgendeinen Trainer ausgelassen? Ne, habe ich nicht. Es zeigt mir wirklich nur diese beiden Attacken, ne? Ja, jetzt mache ich es fertig. Ist mir egal. Bringt er nichts. Bringt nichts, bringt nichts, bringt nichts. Ach, sieh mal. Geht sogar daneben. Sehr schön. Es will also gar nicht, dass ich ihn besiege. Er macht wirklich nur das. Der hat nur 2 Attacken, glaube ich. Na, egal. Dann mega, hebe ihn deine Fresse. Arschgesicht. Weißt du mal, es lebt noch. Ne, jetzt macht das Giftpuder. Ne, noch nicht. Okay, schade. Gut, dann ist das jetzt erstmal weg. Und, ja, wir gucken mal, ob wir irgendwo einen übersehen haben. Vielleicht oben am Deck. Das kann sein. Vielleicht. Mit etwas, mit ganz viel Glück haben wir es geschafft. Mist. Naja, wenigstens trimierst du deine Pokémon. Ja, du anscheinend ja nicht, ne? Du anscheinend ja nicht. Es soll angeblich ein großer Meister im Umgang mit dem Zerschneider an Bord sein. Aber da war nur ein seekranker, alter Mann. Der Zerschneider ist äußerst nützlich. Du solltest den alten Mann besuchen. Ich dachte, das wäre nicht der Meister. Du hast doch nur einen seekranken Mann gesehen. Das ist ja wohl nicht wahr. Hi. Oh, es geht mir gar nicht gut. Mario massiert dem Kapitän den Rücken. Oh, so fängt auch jeder Film an. Nachts. Und dann dreht er sich um. Du, sie haben ja gar keine Hose an. Und warum hast du eine Maske auf? Ist doch egal. Warum liegt der Strom? Ist doch egal. Ah, ich danke dir. Es geht mir schon viel besser. Möchtest du den Umgang mit dem Zerschneider lernen? Ich könnte es dir beibringen, aber mir ist so übel. Genau, nimm einfach das. Damit bringst du deinen Pokémon in den Umgang mit dem Zerschneider um. Ganz leicht bei. War das so ähnlich? War das jetzt zumindest? Dann kann ich kleine Bäume fällen. Ja, sehr schön. So, wir gucken, ob wir irgendwo einen übrig gelassen haben. Ich glaube nicht. Also hier auf jeden Fall nicht. Aber hier eventuell. Komm schon, hier ist irgendwo ein versteckter Trainer, der noch kämpfen will. Du? Nein. Du? Nein. Du? Nein. Du? Nein. Du? Hatte ich die schon? Habe ich nicht den Pokémon-Kampf-Thunder oder so? Kann man hier nicht jetzt... Wie? Dafür ist jetzt keine Zeit. Warum ist dafür keine Zeit? Natürlich ist dafür Zeit. Ich will einen Rückkampf mit einem von mir. Oh Mann. Ich wollte doch den Mew-Trick anwenden. Das geht das nicht mehr. Habe ich einen Fluchtsaal? Kann ich mit dem Fluchtsaal raus? Geht das? Obwohl er es gucken will. Oh Mann. Das ärgert mich jetzt. Komm, mir will doch einer mit mir kämpfen. Oder? Kämpf mit mir. Die wollten alle nicht kämpfen. Hm. Nee, die wollen alle nicht kämpfen. Scheiße! Ist das gelaufen, würde ich sagen. Ähm. Ja, hier haben wir auch nichts mehr, ne? Oh, nein. Wir haben keine Trainer mehr. Ist nicht wahr. 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 Ich muss ohnmächtig werden. Wie werde ich jetzt ohnmächtig? Ja, nee. Schaffen wir nicht. Gut, dann müssen wir... Ich probiere das Fluchtsaal aus. Wenn das nicht geht, dann haben wir es verkackt. Tatsächlich. Schade, 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 schade. So, wir probieren das Fluchtsaal aus. Wird wahrscheinlich aber auch nicht klappen. Und wo ist das denn? Habe ich kein Fluchtsaal? Doch. Da ist jetzt keine Zeit. Oh. Guck mal, hier hat keiner kämpft. Ihr habt doch bestimmt eine Tür ausgelassen. Guck mal, hier sind so viele. Stuart, willst du nicht mit mir kämpfen? Zufällig. Warum denn? Kämpf mit mir. Kämpf doch mit mir. Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Hier, die Göre. Nein. Ah, ist doch nicht wahr. Ich dumme Mutter, ey. Okay, wir müssen es aufgeben. Wir haben es nicht geschafft. Ja. Ja, das Team Rocket. Ja, verfolgt lieber mich. Ich bin der Böse. Kämpf mit mir. So. Dann muss ich jetzt... Nein, ich wollte rausgehen. Okay, dann gehen wir eben so raus. Und dann fliegt es leider. Nein. Nein. Oh Mann. Jetzt komme ich da aber nicht mehr hin. Wollen wir mich mit Matrosen halt nicht hinlassen. Obwohl, vielleicht ist das in der dritten Generation geändert worden. Ich kann da trotzdem mal... Kann ich da trotzdem mal hin? Das Schiff ist in See gestochen. Leck mich am Arsch. Arsch gesägt. Ich werde angerufen. Aber der Part wird jetzt eh beendet. Von daher, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye, bye. Und tschui. D elder, wir mal hin. Tschüüüüüüini. Tschüüüüüüüü.